Es ist mal schwimmen hier. Warum hab ich nie schwimmen gelernt? Tauchen ist angesagt. Sieh mal an! Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Okidoki, mal gucken. Ah, kein Problem. Das ist ja erstmal kein Problem hier. Vorher können wir gleich nochmal alles absuchen. Vielleicht finden wir was. Und was haben wir hier? Nerida wird sich darüber freuen. Das war's schon? Mehr ist da nicht. Aufschlag. Ansonn. Ja. 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 Das Geschenk von den Wassermenschen War wirklich leicht zu finden Oh, das ist großartig Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung Aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe Unsere Beziehung zu ihnen Ist auch so schon angespannt Schön, dass wir gesunde Diplomatische Beziehungen unterstützt haben Bei Merlins Bad Wundervoll Das werde ich allen zeigen Auch dem Ministerium Soll ich es per Eule schicken Oder persönlich hinbringen Vielen Dank Du hast vermutlich gerade die Beziehungen Zwischen der Welt der Zauberei Und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert Ich muss das unbedingt untersuchen Was haben Sie jetzt vor? Was ich jetzt vorhabe? Wir können nochmal Das ist ja in der Nähe hier Wo ist der Bahnhof? Oh, ich glaube, da waren wir schon Letztens Was ist hier so? Guckt euch das an, hey, Wahnsinn Ein Hugs mit Bahnstation Da waren wir ja schon Was ist hier? Ich weiß, was das bedeutet Eine Prüfung Merlins Aber sonst gehen wir jetzt wieder zurück nach Hoxford Hoxford Geh mal hoch hier Hoxford meinte ich Ja, spring doch Mann Anstrengend Ja, dann nicht Nein Gott Geh doch hoch Dann halt nicht Das ist schon eine krasse Brücke hier Ach, gehen wir zurück Fertig Können wir Egal Tach, guck mal Schon wieder was Äh, was war das jetzt? Was ist das für eine Für ein Gebäude Können wir da auch rein? Schade Okay Wollte schon sagen Die sehen gleich aus Und hier noch eins vor dem Kamin Oder so Oh, nicht mehr, ne Können wir noch mal nach links gehen? Ah Ah Tepa Wunderbar Rebellion 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 Ich dachte, das ging hier höher oder so Ne, die Tore haben wir auch schon gelootet Mehr kann dann, kann man da nicht machen Guck mal, an der anderen Seite Könnte man noch so viel machen, aber ich weiß nicht, was das hier ist Ich sollte ein andermal wiederkommen Ist auch schon fertig Ich bin noch mal unten Ich sage ja immer Reisen erweitert Reisen erweitert den Horizont Gut, was essen hier, ein Apfel auch noch Perfekt Ah, hier waren wir doch schon, oder? Ah, interessant Das ist, glaube ich, die Küche, oder? Aber kurz Küche Ein willkommener Leckerbissen Köstlich Cool Okay Die Schicht ist wohl hier Zu Ende Rebellion Lumos Rebellion Rebellion Wie geht das? Rebellion Ein willkommener Leckerbissen, köstlich Rebellion 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 Rebellion. 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 Da war noch was da drin muss doch noch ordentliches hier zum beispiel glaube ich die besen an kann ich sein dass da das nix mehr ist ja was habe ich gesagt hier hier Trophäenraum gut was sammeln da ist immer noch was ich glaube im Trophäenraum ist immer noch was das ist halt das hier aber ich finde nix mehr doch ah der Feuerkelch oder ist der Feuerkelch Reveille Reveille Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rebellion 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 LUMOS 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 COOL COOL PREG 예bus Entzellte! Reveille! 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 Rebellion 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, hier schon mal nicht. Dann vielleicht unten. Ha! Okay. Schon gefunden. Ah, ganz falsch. Tibi. Da war ja was. Da ist was. Reveilion. Vierte Damen und Vierte Herren. Sorte. Loose. Reveilion. Was ist das denn für ein Raum? Hier waren wir auch noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Reveilion. 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 Oh. Reveilion. Da haben wir erst gesehen. Hier ist auch was. kann man da hoch oder ah man oh da ist ja noch was wie kommt man dahin ah perfekt Können wir noch mal im grünen Haus nachgucken. So fangen wir hier links an. Schon mal nichts. Rebellion. 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 Riesenteile hier. Riesenteile hier, meine Güte. Haben wir alles mit. Rebellion. 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 Da ist noch was. Achso hier. Was ist das denn? Wo 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 ist das denn?